So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Life is a Feudel und wir haben gerade den Elch gejagt mehr oder weniger gejagt, ich muss mich gerade mal hier an die Karte wieder orientieren so, lasst uns mal nach Hause laufen wir haben jetzt ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fell, ein bisschen Knochen, ein bisschen Geweih und schon latschen wir auch wieder zurück la 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 mal schnell die Schaufel weglegen so, brechen wir auf oder ab ja Alex, du musst dann nochmal los, ne? warum denn? wir brauchen nochmal eine kleine Ladung wieso, ich hab doch jetzt genug dabei wie wärst du nur dabei? ähm, 235 ja, okay, dann heißt's ne, ich hab den Elch liegen gelassen das Fleisch ok ja, wenn du 75 Fleisch dabei hast, dann ist das Wurst ja, wie gesagt, aus 8 Fleisch kriegst du hier ein so'n, 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 so'n' zehn Stück mit am Sonnen ja, stimmt schon aber ich will ja auch mal Fleisch essen Fleisch, Fleisch 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 muss man auch essen kann sich nur von Obst und Gemüse und Grünzeug für den Laufen ja, ist halt ja, vom Essen was wollten wir jetzt eigentlich bauen? ich weiß schon gar nicht mehr Ofen ach so, ja ja auf welches sind der Ofen wie er da hier killen ist das, ne? killen ist das ja ha genau 400 aber ganz was noch 40 achso ok so müssen wir jetzt dieses gras sammeln oh lecker und wie viel das dauert ewig aber das ist gut weil dabei regeneriert man naja dann schön farming 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 das ist halt jetzt nicht spannend für das let's play ne aber musst du heim ja uh 1 habe ich hin ne glaub ich auch nicht dem 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 wir haben schon vor allem wie er das gras aber das ist schon ein bisschen grob schlägt es mit der faust raus er gibt der faust einen kick äh dem gras einen kick mit der faust 5 habe ich schon wie viel hast du bei natures lore was wie viel hast du da das geld punkte ähm bei was bei diesen natures lore lore äh 89 80 ey wir haben noch kein campfire erhalten ne ich habe schon eine baustelle dafür gelegt aber da brauchst du auch unmengen von diesem zeug hier immer wie viel hast du schon hoin ich bin jetzt bei 8 ne 8 jetzt ich würde mich wundern wenn wir dann so einen soundpack wieder haben ich habe schon eine echt jetzt ja also brauchen dann und wenn ich jetzt hier mal in 10 deshalb brauchen wir noch 5 stück Okay, das war wohl nichts mit den 10. Jetzt habe ich 10. Hey, da mal. Don't care, das ist so don't care. Wie viel hast du jetzt? 11, 12, 13, 14 Ja dann reicht's Dann reicht's doch Ja dann reicht's Ja dann reicht's No more, I do! Gleich ist der Ofen fertig und dann können wir wahrscheinlich immer noch nichts machen Wie gesagt Leute, wenn ihr Interesse an diesem Server habt, holt euch das Spiel, joint auf meinem Server, kommt in TS und dann geht's ab Dann können wir unseren dicken Tor-Clan noch erweitern und dann haben wir irgendwann so eine fette Stadt hier und dann sind wir übel zufrieden Kloppt das Ding um Ja dann geht's Hurra! Hurra! Naja irgendwie ist das da komisch, ja Ich krieg halt die Erfahrungspunkte und das ganze hier immer in die Sweepen, ja? Aber es passiert nichts Und jetzt steht bei mir wieder, that area is blocked Sehr gut Jajajaja Pimim Bimim Bimim Pimim Bimim Bleiben wir einfach fern davon. Oh, die Sonne kommt wieder raus. Ja. Ja man, Tiny Shake oder Plaster Tiny Shake? Was ist das? Was ist dein Unterschied? Was ist dein Unterschied? Plaster klein. Kannst du die Hütte jetzt bauen oder was? Sputz. Wer putzt das? Ja wir machen eins aus Holz. Ja ich kann es jetzt bauen. Dann bau es mal. Also ich hab keinen Gras Bug. This area is blocked. Wo ist das Schild? Hast du auch Standbild? Nein. Na. Aber kann passieren, dass es gleich kommt. Nein. Ich lag gerade an mir. Keine Ahnung warum. Ja irgendwie würd er's noch machen. Wieso nicht? Warte mal. Hält sich nix hin nach. Was schlägt denn jetzt? Jo, er ist fertig. Du kannst das nicht mit diesem Objekt tun. Juhu. Geil. Hast du das Schmelze jetzt schon erlernt? Was? Ob du das Schmelze schon erlernt hast? Ja, nee. Ja das brauchen wir, sonst können wir die Oven nicht bedienen. Die Oven. Wie lernt man das? Na in dem du Silber und Kupfer abbaust. Ah, jetzt ja. Ah. Okay. Jo, das geht aber. Ja, komm mal mit. Ab in the wood. Komm mal mit hierher. Ab in the wood. Ab in the wood. Ja, hab ich schon einige somebretter. Oh ja. Ich bin vollgeladen. Welche Bretter brauchen wir da? You can take that. Are you overburnt? Ey, Alter, wo ist mein Elchkopf jetzt denn? Der ist hier drin. Ah, jetzt nicht. Also die Holzdinger kann ich irgendwie nicht mehr nehmen. Da bin ich sofort overburnt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich diese Schaufel noch drin hab. Ne, du musst das splitten. Du kannst davon nur ein oder zwei Tagen. Hä, wie spiele ich das in dem Ding drin? Ach so, in dem Ding kann man es nicht splitten, ne? Ja. Ey, scheiße. In dem Ding kann man es ja echt nicht splitten. Are you overburnt? Ich kann mal schon mal ganzes Zeug hier reinlegen. Alter, man kann es halt echt nicht nehmen jetzt, ne? Wer denkt man an sowas, ey? Ja, okay, die sechs Bretter konnte ich nehmen. Ja, die sieben hab ich auch genommen. Ja, die sieben hab ich auch genommen. Wie macht man diese Holzdinger da, diese langen, diese Bulle-Lock? Ähm, das ist eine andere Option bei, wenn du Holz fällst. Ja, das musst du machen, weil ich hab das noch nicht. Ja, das Haus ist ja schnell gebaut, Junge! Ach, das ist egal, welches Holz wir da rein tun. Welche Bretter, da gibt's unterschiedliche von der Farm her. Ja. Gibt's Birke Eicher und so'n Mist. Ja, genau. Ja, ich brauch ne Axt. So ne Axt kann ich nicht hier heute zerbauen. Scheiße, wo ich mein Beutel. Ach, hier. Gucken wir mal rein, was es so gibt. So, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir auch nicht mehr. Dann brauchen wir jetzt das hier und wir brauchen eine Säge. Die Frage ist, wie bauen wir eine Säge? Kugeln wir es oder machen wir es hier? Hast du einen Pilz gesammelt oder was? Ja. Drei davon sieben Flintstone. Okay, das musst du alles du machen, weil ich hab keine Lust hier, diesen Flintstone zu sammeln. Warum, ne? Ich hab ne Säge. Ja, sag ich ja, du hast ne Säge, dann kannst du alles du machen. Sehr schnell gemacht. Na das Thema. Ich kann dir die Bäume fällen. Get a Bark. Nee, den kann ich auch nicht fällen. Kann ich den nie fällen? Nein, den kann ich auch nicht fällen. Kann ich den nie fällen? Nein, den kann ich auch nicht fällen. Kann ich den nie fällen? Der sieht gut aus. Kann dir die Holzdinger zum Haustragen. Oh, ich hab wieder keine Axt. Angst noch! Cut down! Yeah! BAM! Und der Kopf versinkt den Baum! Ich bin da mal am laufen, ne? Lass ihn liegen! Passt schon, ich kann ihn an anderen Stelle zerlegen! Drop this guy, place, bap! Rats van. Bap! Bap! Gagel 2 Bap! Ah... komischerweise kann ich jetzt 10 Hatholzbretter tragen. Ist das nicht immer so? Äh, äh, ist das schwer. Oh, Alter, da kriegt man ja Hexe-Schuss. Achso, das bringt mir gar nichts, wenn du es fällst. Hand an deiner Tarn. Wie? Ja, es ist dein Blut. Wie lange musst du warten? Weiß nicht. Also, ich muss auf das Holz nur noch 44 Sekunden warten. Ja, hast du noch Flintstone vielleicht einstecken? Sechs Stück oder so? Junge, ich wollte diesen Baum felsen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Na ja, Final Fantasy sounds more. Scheiße. Kann man auch irgendwann diese ganz dicken Bäume fällen? Ja. Oh, geil. Rein theoretisch müsste ich das schon können. Es ist zwar nicht so ganz wie Forest, aber es ist geil. Das ist das zum Beispiel, was mir jetzt in Gothic gefehlt hätte noch. Wenn man das noch zu Gothic gemacht hätte, Alter, wäre das geil gewesen. Ja, aber zu der Zeit. Ja, zu der Zeit nicht, aber man könnte es noch verknüpfen. Oder man könnte das Spiel noch mit, mit einer Art Gothic verknüpfen, würde ich jetzt mal sagen. Voll die Forstwirtschaft hier. Hm. Sind da eigentlich schon drei Schafeln drin? Keine Ahnung warum da drei Schaufeln drin sind. Ich muss ja auf alle zu lange warten, ja. Da wären wir uns ja später alle. Neue Errungenschaft. Master Power Filter. Was? Power? Äh, jetzt habe ich es nicht mehr lesen können. Verdammt. Mal wie ich den Dicken hier unterhauen kann. Geil. Klopp ich den Dicken hier um. Ja, den ganzen Wald hier dürfen wir eigentlich nicht aufholzen, ne? Warum? Naja, ich weiß nicht. Meinst du, es hat noch Nachhör gemeint? Wieso da wachsen noch ständig Bäume nach? Hoffen wir es. Wir sollten auf jeden Fall die jungen Bäume noch stehen lassen. Ja, da holt man natürlich was raus. Master Carpenter. Ja. Ja, passt schon. Leicht schon dran. Halt mal hier nicht alles weg. Ich will aber jetzt Holzfäller sein. Wieso nimmst du nicht den Baum, den du gerade gefällt hast? Oh, der liegt ja noch. Oh, wir haben gleich ne Hütte. Wir haben gleich ne Hütte. Wir haben gleich ne Hütte. Oh, da haben wir jetzt schon vier solche Loks ausgeholt. So die Dicken. Nice. Geh mal hoch in den Wald und hol ein paar Baumstämme. Ach. Tu mal ein bisschen das dürrige Est hier raus. Ah, du kommst gerade richtig. Cut down. So Freunde, jetzt haben wir den ersten Baum gefällt. Oh, witzig schon für mehr, oder? Aber gut. Es ist immer so ein weiter Weg bis da runter und der läuft so langsam. Oh mein Gott. Und da unten wartet schon Wolfgar. Wolfgar, ich bringe dir Holz mit. Aus der Ferne Norden. Ich hab zwar kein Bad, ne? Aber trotzdem. Ich bin echt der Wikinger. Jetzt sägt er mein Holz... Jetzt sägt er mein Holz zusammen, was ich da ordentlich hingeschlichtet habe, ja? Wie so ein Holz... Hä? Ne? Okay, wir haben alles. Ne, ist doch schön. Ich will aber jetzt trotzdem Baum fällen. Cancel. Ich will nach Hause nicht bauen. Ich will jetzt jemand... Ne? Da war's doch. Object. So. This area is blocked, ja, ja. Irgendwann geht schon, bei mir ging's doch auch. Odin's King. Ich wollte mich eigentlich Olaf nennen. Warum hab ich mich nicht Olaf genannt? Verdammt nochmal, ey. Jetzt weiß ich... Odin's King. Liegt da halt immer darin, dass man da Admin ist, ne? Als Admin kann man noch nichts machen. Übrigens, nur dass du beruhigt bist. Dieses GM-Mode, ne? Das geht bis jetzt nur im Singleplayer, Kevin. Das geht nicht im Multiplayer. Ich mein natürlich Wolfgar. Geht jetzt das eigentlich mit dem Ofen, oder was? Was? Nein, erst wenn wir die Schmelz-Option freigeschalten haben. Achso. Ich hab's doch gerade gesehen. Hey. Irgendwo. Da ist er. Object. Place. Wap. So geil wie man Baum fällen kann, indem du dich 360 Grad durch den Wald drehst. Ah, Standbildschirm. Naja, die ist ja wohl normal, ne? Häusler fertig, Alter, das ist cool, Mann. Nice! Wir haben die erste Hütte. Bau gleich noch eine. Ja, klar. Dann hat jeder von uns eine. Achso, richtig. Äh, warte mal. Da steht, There is no room for you in that house. Was? That is my house. There is no room for you in this house. Naja, das klingt ja schon mal gut, ne? Ah, ich kann's jetzt claimen, oder wie ist das? Oh, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Bett, oder so. Ja, Mann. Jaaa. So, meine Freunde, ich verabschiede mich von diesem Let's Play. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis gleich. Bye. Bye.